Wir machen einen Wochenrückblick. Hallo und herzlich willkommen. Und zwar bei Instagram poste ich jeden Tag Tipps, wenn es ums Geld geht, Geld sparen und Geld verdienen. Und hier packe ich nun elf Tipps mit rein. Also sei gespannt. Es sind neun Tipps, nicht elf. Wir starten mit einem Depot. Und zwar, ich arbeite gerne mit der Comdirect, auch andere Banken natürlich. Aber das ist eine, wo wir gerne damit arbeiten. Und jetzt habe ich gerade das Thema mit der Tochter gehabt. Also ich habe ein Hauptkonto dort, dann habe ich ein Zweitkonto. Und im Zweitkonto habe ich die drei Kids drin. Da habe ich eine Tochter, die älter ist und die ein Sparfuchs ist. Und die möchte natürlich ihr eigenes Depot haben. Mami, wie kann ich mein Geld vermehren? Wie kann ich das gut anlegen? Sie hat doch jetzt schon ein paar Tausende zusammen. Da lohnt es sich natürlich. Also wenn du ein paar Tausende hast, bitte nicht auf ein Sparkonto. Sparkonto gibt dir eigentlich nichts mehr. Und sonst verpflichtest du dich für viele Jahre und kannst das Geld nicht rausnehmen. Und am Ende erhältst du vielleicht zwei Prozent. Ne, das ist schon viel zu viel, oder? Das ist schon viel zu viel. Okay, wir eröffnen dir ein Junior-Depot, heisst es dort. Du kannst dich online verifizieren. Läuft von überall weg. Du musst da nicht mehr vorbeigehen. Was ich natürlich sehr toll finde. Gerade wenn du in der Schweiz wohnst, kannst du damit starten. Nimmst das Geld, was sie jetzt bereits hat. Legst das an in einen ETF. Ich bin Fan von ETFs. Und nur so einzelne Aktien, wo sie damit arbeitet, damit sie das Gefühl bekommt, hey, ich bin auch ein Teil von dieser Firma. Gerade ihre Fussballschuhe, vielleicht bei dieser Marke. Das, was dir gefällt. Und dann schaust du dir die Firma an und sagst, okay, da möchte ich doch ein Teil von dieser Firma sein. Okay, wenn die Firma bankrott geht, bist du das Geld weg. Das ist so beim Investieren. Wir investieren Geld, das du weggeben kannst. Anstelle von einer Hose, anstelle von einem Küchengerät. Nimmst du halt das Geld und investierst in eine Firma. Wir rechnen natürlich nicht damit, aber es kann alles passieren. Es kann passieren. Das Schlimmste ist natürlich dann, wenn der Aktienmarkt wohl drunter ist. Wenn du dann das Geld nicht rausnimmst, dann verlierst du es nicht. Das Problem ist nur, wenn du das Geld gerade in diesem Zeitpunkt, wenn alles unten ist, rausnimmst. Dann ist es am besten, du investierst mehr. Also daher immer gut sparen und eben Geld investieren. Wir sind jetzt dabei, dieses Konto, dieses Depot zu eröffnen. Ich halte dich auf dem Laufenden. Ich hätte das schon viel früher gemacht. Ich dachte so, okay, ein Dreier mit allen drei Kids in einem Depot. Weil dann umso mehr Geld du in einem Depot drin hast, umso schneller geht das natürlich mit dem Zinseszins zu wachsen. Als wenn jedes Kind einzeln, ein bisschen 50 hier, 20 hier, 100 hier. Das wächst natürlich langsam, aber ist immer noch besser, als ein Sparschwein zu haben. Weil das gibt nachher kein Geld. Also lerne auch dort. Wir haben damals extra die Raiffeisen gewählt, weil die ein Fach hat, wo das Kind jeweils mit dem Sparschwein zur Bank gehen kann. Und selbst auch abends oder morgens um fünf oder wie auch immer. Und das Geld selbst einkippen und sieht, okay, es sammelt sich. Und dann wird das investiert. Wenn du jetzt zum Beispiel gerade bei der Comdirect auch ein Konto eröffnest, melde dich bei mir an. Ich gebe dir den Link weiter, dann verdiene ich noch was. Aber nein, ich gebe dir das weiter als Tipp für dich. Also wenn du bei der Comdirect bist oder du, du musst nicht mal dort sein. Du kannst es einfach nur weiter empfehlen. Und da gibt es Prämien. Du kannst 20 Euro wählen. Du kannst aber auch Sachpreise nehmen, wo du sagst, ja, ja, das ist cool, wenn ich das weiter empfehle, dann kriege ich noch etwas dafür. Das ist Affiliate-Marketing. Und wenn du das Ganze dann digitalisierst, einbaust, also nicht, dass du dann jemandem anrufen musst, ja, ich schicke dir jetzt einen Link. Und dann schickst du und okay, du klickst und dann muss die Person dann das eröffnen. Das dauert dann sechs Monate. Nein, du kannst natürlich einen Blog machen. Du kannst Instagram, TikTok, YouTube, wie auch immer. Du berichtest darüber. Oder du machst einen Newsletter. Ich sage immer, mach einen Newsletter. Newsletter ist ein so cooles Beste überhaupt. Und dortin verpackst du dann deinen Link und sagst, okay, hey, wenn dich das interessiert, das kannst du schon bei deiner Familie. Du kannst einen Newsletter an deine Verwandtschaft senden. Also es muss nicht nur ein Business sein. Du sendest einen Newsletter an deine Verwandten und sagst, hey, dieses Jahr habe ich das und das gemacht. Und schau mal, ich habe das gesehen. Das wäre vielleicht etwas für dich. Und einen Link nutzt. Du weißt was davon und ich habe was davon. Und das ist Affiliate-Marketing. Wenn du eine Firma weiter empfiehlst und du deinen eigenen Link hast, könnt ihr natürlich beide davon profitieren. Gut. Und dabei sehen wir jetzt. Also eben, es gibt dieses Junior-Depot. Eröffnet das. Es kostet dich nichts, solange du laufend investierst. Und sonst ist, glaube ich, eine gewisse Zeit ist es gratis. Aber daher am besten monatlichen Dauerauftrag nehmen. 25 Euro ist das Minimum. Hallo. Das kannst du, das geht sowieso, oder? Und dann läuft das. Und dann kannst du aber immer noch mit 500 starten, mit 5000 starten, mit 10.000 starten und zusätzlich noch diesen Dauerauftrag einrichten. Dann kostet dich dieses Depot nichts. Und es wächst vor sich hin. Weiter geht's, und zwar zu einem Spar-Hack-Tipp um Digital-Marketing. Ich sage ja immer, starte irgendwann, aber starte am besten so früh wie möglich mit Investieren und auch mit Digital-Marketing, um so Online-Geld zu verdienen. Ich habe ja noch ein anderes Business mit physischen Produkten. Daher kenne ich den Unterschied und ich sage von Anfang an, physische Produkte sind cool und toll. Das kannst du als Freude noch zusätzlich verkaufen. Das grosse Geld sollte man mit Digital-Marketing machen, weil das andere ist so aufwendig. Hier habe ich dir fünf Startprogramme, die nichts kosten. Und zwar auch nicht nach sieben Tagen oder auch nicht nach 14 Tagen. Nutze diese Systeme, diese Tools, wenn du mit Digital-Marketing beginnen willst. Das heisst, du brauchst eigentlich nur einen Social-Media-Account, dort, wo du sowieso schon gerne bist, egal ob das auf LinkedIn ist, Pinterest, Instagram, TikTok, YouTube, wo auch immer. Wähle einen und starte dort, mit Beiträgen zu veröffentlichen. Und dann nutze, das ist ja so die Traffic-Source, also von dort das Einzige, was du danach brauchst, sind einfach Besucher, dass man dich findet, Besucher. Den Rest, den richtest du dir ein als automatisierte Geldmaschine. Punkt Nummer eins, der Shop. Ein Shop-System, klar, du kannst Digisore 24 nehmen, das habe ich früher auch genommen. Und ich habe immer noch Produkte, die dort drin sind. Ich finde es relativ mühselig, mühsam, weil du das immer, die Seite musst du immer abnehmen lassen. Digisore 24, da kannst du nicht so schnell, schnell ein Produkt erstellen, ein kleines Produkt, ein kleines E-Book oder irgend so. Da muss immer diese Seite sein. Ich empfehle immer wieder Systeme.io. Ich mache noch einen Workshop nächste Woche. Link ist unten oder schreibe mir. Und zwar einen ersten Affiliate werden wir oder werde ich mit dir eins zu eins einrichten. Der ist gratis, Dienstag am 1. Oktober und Donnerstag. Der zweite, dass wir dann schauen können, okay, wie weit bist du, hast du wirklich alles eingerichtet. Ich bleibe dran, bis du das bei dir eingerichtet hast. Es ist ein Affiliate, der wirklich cool ist, den jeder von uns nutzen kann, egal ob Robi selbstständig, welches Thema. Dem kannst du lang Zeit, sehr gut Geld verdienen, auch monatlich. Okay, zurück. Shop-System, würde ich Systeme.io. Kannst du Landingpage innerhalb von Sekunden erstellen, die Anbindung an Paypal und Stripe mit Credit Card. Kannst du sofort verknüpfen, verbinden. Das heisst, wenn du das heute einrichtest, dann am Abend kann jemand dein Produkt kaufen. Die Bezahlerwicklung ist automatisiert. Du musst dich da um nichts mehr kümmern. Das Ganze kostet nichts. Sogar kannst du dann mit Newsletter beginnen. Auch das ist integriert. Und im Blog kannst du auch noch machen. Ein System für alles, ich liebe es. Ich habe meine Produkte momentan dort, weil es einfach einfach ist. Es funktioniert. Die Domain kannst du auch dort laufen lassen, und zwar eine Gratis-Domain. Die Domain kaufen, die kostet ja manchmal 11,90 Euro in der Schweiz oder 5 Euro, 10 Euro, 15 Euro, mehr nicht pro Jahr. Also dann leistest du dir diese, verknüpfst diese und schon hast du eigentlich wieder eine eigene Webseite. Es geht aber nur um eine Squeeze-Seite, Verkaufsseite mit einem Funnel nachher dahinten, wie du dein Freebit zum Beispiel anbietest. Aber eben, du kannst sofort ein Produkt verkaufen. Produkte erstellen. Chat-GPT, klar. Heute geht nichts mehr, oder? Oh, zum Glück. Ich bin so froh, weil ich so viele Schreibfehler habe, weil ich nicht gut in der Grammatik bin. Ich schreibe für mein Leben gerne. Und jetzt, Chat-GPT ist mein Freund, den ganzen Tag über alles mache ich mit ihm. Ihr, wie auch immer. Also, du hast ein Thema, du kennst dich irgendwo gut aus, und er oder sie, Chat-GPT, hilft dir dann dabei, und ihr werdet das zusammen erstellen. Also lasst es nicht von der Maschine selbst erstellen, sondern es musst du, dein Ding muss darüber kommen, was dir wichtig ist, wie du das gelernt hast, was deine Erfahrungen sind. Das bringst du dann mit rein in dieses Produkt und erstellst es dann auf Canva. Canva kannst du auch gratis nutzen. Ich habe die bezahlte Variante, weil ich wirklich das schon seit Jahren umfangreich benötige und brauche. Aber du kannst es mit deinem Gratis-Account starten. Das reicht alle, weil für ein einfaches Produkt, ein, nein, es kann auch ein kompliziertes Produkt sein, ein umfangreiches Produkt. Jedenfalls hast du dort die ganzen Vorlagen drin und nimmst dir den Text und baust es dort ein. Du kannst auch noch Videos mit reinbringen. Du kannst den Link von Canva als Verkaufsseite nutzen, also als Verkaufsauslieferung nutzen. Nicht ein PDF, ich würde direkt diesen Link nehmen, weil, das Gute daran, du kannst dann, Passungen hast am Produkt oder in den Jahren, wenn es sich verändert oder du möchtest Zusatzinfos sehen, dann ergänzt du das bei Canva in deinem Produkt. Und jeder, der das jetzt kauft oder schon gekauft hat und diesen Link aufruft, hat die aktuelle Version. Tum, Marketing, Social Media. Also, was brauchst du? Social Media Account, dann Systeme für die Bezahlabwicklung, Chat-JPT und Canva, um das Produkt herzustellen. Das tolle daran, du brauchst keine Kalterquise, du kannst es anbieten, wenn du willst, du brauchst keinen Versand zu machen. Wenn jemand kauft, dann bekommst du eine Meldung. Tum, dann kommt so ein Kassegeräusch oder wie du es immer einrichtest, verkauft, verkauft, verkauft oder deine Statistik. Tum, du hast aber keinen Stress. Also in dem Moment, wo du ein Produkt verkaufst, wird das in der gleichen Sekunde ausgeliefert. Wenn du ein physisches Produkt hast, dann kommt eine Bestellung rein, wenn du noch klein bist zum Beispiel und du sagst, ach nein, ich muss sofort heim, ich muss nach Hause, ich muss packen, das muss weg, der Kunde möchte das sofort, weil in der heutigen Zeit, ja klar, das muss jeden Tag raus. Also Stress, Ruhe. Vielleicht hast du dann etwas nicht zu Hause oder irgendwo oder du gehst für zwei, drei Tage weg. Funktioniert nicht, dann brauchst du einen Versandmensch. Dann brauchst du eine Firma, die das versendet oder jemanden, der das für dich macht. Aber bis du jemanden anstellen kannst, der das macht für dich, dauert ewig. Digitale Produkte. Also, oder auch keine Mahnungen, keine Rechnungen, keine Zahlungskontrolle. Das wird bezahlt bei Kauf, keine Rückerstattung. Ich habe es zwar drin, aber theoretisch bei digitalen Produkten kannst du sagen, nee, ich habe es schon verschickt, du hast es schon gesehen. Es gibt kein Rückgeld. Eben, bei mir gibt es das, bei Menschen, die wirklich dahinter stehen und die wissen, ich möchte dir nützlich sein. Wenn es dir nichts bringt, dann okay, dann schliessen wir den Zugang und ich gebe dir das Geld zurück. Keine Sache. Was musst du bereit sein für diese Dinge, wenn du das umsetzen willst? Du musst bereit sein, zu lernen, neue Fähigkeiten zu lernen. Und das empfehle ich dir, egal wie alt du bist, egal wie jung du bist, lerne diese Fähigkeiten. Sie sind nicht schwierig, aber wir müssen halt einfach dranbleiben. Aber das macht ja auch Spass. Irgendwann hast du es beisammen. Irgendwann hast du es beisammen. Folge mir, hol meine Freebies, lerne. Ich habe so viele gratis Anleitungen, die du wirklich eins zu eins umsetzen kannst. Wir gehen zum nächsten Tipp. Wie du in drei Schritten zu einer besseren Finanzkontrolle kommst. Überblick. Da schauen wir jetzt an. Und nicht dabei, die Nerven zu verlieren. Nein, es sollte einfach sein. Ich sagte, ich möchte dir nicht Dinge mitgeben, die noch komplizierter sind. Das Leben ist schon kompliziert genug. Also wirklich einfach. Es geht ums Budgetieren. Zuerst müssen wir wissen, was haben wir so ausgegeben? Was tun wir eigentlich so mit unserem Geld? Entweder startest du heute und gibst dir jeden Tag ein. Okay, Einnahmen kommen vielleicht nur einmal im Monat. Aber die Ausgaben, okay, ich hatte heute Morgen das, zwei Euro. Ich hatte das, ein Euro. Das ist mühselig. Ich weiss. Also, ich gebe dir etwas anderes an die Hand. Und zwar gehst du Online-Banking, gehst du rein und druckst dir deine drei letzten Monatslisten, Übersichten aus. Dann siehst du ja jede Buchung. Und dann beginnst du halt zu markieren. Okay, ist auch aufwendig, aber das kannst du einmal machen. Und dann hast du ein bisschen Überblick, nicht ein bisschen sehr genau, wohin eigentlich dein Geld ging. Und dann wirst du staunen. Du kannst auch verschiedene Marken nehmen. Also kannst du sagen, okay, alles, was Lebensmittel betrifft, mache ich grün. Alles, was Spass und Freude betrifft, mache ich rot. Alles, was mit Arbeit zusammenhängt, mache ich so. Was mit Kids zusammenhängt. Einfach deine Rubriken. Dass du ein bisschen weisst, okay, das ist sehr, sehr wichtig. Und das ist nicht so wichtig. Da könnte ich. Weil dann kannst du nachher schrauben. Dann zählst du am Ende alle Beträge zusammen. Dann weisst du, okay, Lebensmittel oder Restaurantbesuche habe ich so und so viel ausgegeben. Kinobesuche, so Partys, wie auch immer. Du hast nachher das Total. Und mit diesem Total können wir etwas beginnen. Du kannst das auch mal ein bisschen zusammenrechnen und dann siehst du, ja, das passt zu meinen Einnahmen. Oder du siehst, oh, jetzt weiss ich, warum ich jedes Mal wieder ins Minus oder halt so knapp bin. Ich möchte gerne mehr sparen oder so. Dann nimmst du eine Vorlage bei den Freebies bei mir. Hast eine super tolle Geldvorlage. Ein Budgetplan, aber ein anderer Plan. Also du entscheidest, wohin, und das sage ich immer, du entscheidest, wohin dein Geld gehen soll und gehen muss. Also du nimmst dann und sagst, okay, meine Wohnungsmiete ist so und so. Und du siehst eben dann, du stellst fest, lohnt es sich, will ich so viel Geld für meine Wohnung, für mein Haus ausgeben? Ist es mir wert? Dafür gehe ich weniger vielleicht in die Ferien? Möchte ich vielleicht mehr in die Ferien gehen? Dafür ist es mir nicht wert, teuer zu wohnen. Muss es in diesem Ort sein? Könnte es vielleicht auch ausserhalb sein? Also es sind alles Dinge, die du entscheidest. Du entscheidest, wohin dein Geld geht und dann nimmst du diese Vorlage und schreibst dir ein, okay, du kannst einen Ist-Zustand nehmen. Also wie eben der Durchschnitt von den letzten drei Monaten, schreibst du ein, hast du ausgegeben, so und so viel für Lebensmittel, für Ausgang, für Restaurant, für deine Wohnung, wie auch immer, für Strom, für Internet, für Handy. Vielleicht findest du sogar Fehler, Abos, die du gar nicht benötigst oder so. Passiert mir immer noch. Ich finde immer wieder Fehler. Nein, da habe ich vergessen zu kündigen. Also bist du nicht der oder die Einzige, daher immer wieder zwischendurch mal deine Auszüge kontrollieren. Ja, es wird einfach oftmals, oder Gebühren von der Bank, die werden einfach eingezogen, ohne dass du das weisst. Also wenn du das nicht achtest, oder kürzlich war ich bei, ich sage jetzt nicht bei wem, ich hatte nur einen Testabu für die Kids mit Hausaufgaben und so zum Lernen. Die hatten das nicht so gut gefunden und das lief weiter. Und es war auf einer Kreditkarte, das ist das Problem, wenn man dann mehrere Kreditkarten hat, dann lief das Ganze vier Monate weiter. Ich habe das nicht gesehen. Ja, falsch. Daher so wenig geben wie möglich. Wir haben halt schnell den Überblick, wenn wir so wenig wie möglich haben, wenn wir eine Kreditkarte haben. Aber ja, ich habe dort mit der Amex, weil ich wollte das auch mal lernen, wie man mit der Amex da die Punkte sammelt. Dazu in einem anderen Video dann wieder mehr, wie du das alles verbinden kannst, um wieder Punkte zu sammeln. Also bleib dran, das kommt auch noch. Nein, ich habe es dann gesehen, habe der Firma geschrieben und gesagt, sorry, ich bin immer die, die eigentlich kündigt und es ist nicht gestanden. Irgendwo, es war eine verzwickte Sache. Aber jedenfalls, die haben mir dann das volle Geld zurückbezahlt. Also melde dich. Es kann nicht, okay, ich habe noch eine Google-Bewertung gemacht. Das ist manchmal auch. Kannst du auch mal machen. Eine Google-Bewertung. Ich mache zwar nicht Negatives, sage ich nicht gerne, aber das hat mich so genervt, weil keine E-Mail kam. Es kam nie eine Meldung. Das Geld wurde einfach eingezogen, weil sonst wäre es mir aufgefallen. Aber da kam nichts mehr. Du, es fällt dir nur auf, wenn du die einzelnen Zahlungen, Ausgänge wirklich kontrollierst. Und das habe ich eben halt einfach fies gefunden. Gerade auch für Menschen, wenn man wirklich wenig, wenig, wenig Geld hat. Ich finde das nicht schön und nicht richtig. Man kann eine Meldung geben und sagen, hey, in zehn Tagen, also bei seriösen Firmen, also das ist eine seriöse Unterrichtsplattform, aber eigentlich, ich erhalte sonst eine E-Mail und in fünf Tagen wird wieder abgebucht. Einfach, dass du das weisst, also in formeller Form. Aber ich habe dann die Möglichkeit nochmals, okay, ja, ich möchte nochmals einen Monat mit dieser Firma. Ich habe viele Abos, weil ich viel mit technischen Dingen arbeite, mit AI und da habe ich halt auch die Abos. Und ja, es ist manchmal schwierig, diesen Überblick zu behalten. Jetzt bin ich völlig weg vom Thema mit dem Budget, mit der Kontrolle, sind wir stecken geblieben. Also das Ganze regelmässig. Eigentlich ist das Ganze schon der Wuhu, das ist schon der ganze Zauber. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich bin wirklich knapp bei Kass, was ich dann jeweils gemacht habe, all in one. Ich bin die Person, die sagt, okay, ich lebe am heutigen Tag, heute wird kein Geld ausgegeben. Es geht, es geht. Da muss ich nämlich nichts aufschreiben, ich muss nichts dokumentieren. Heute wird einfach kein Geld ausgegeben. Und so habe ich dann das jeden Tag so gemacht, bis ich wieder auf einem besseren Standpunkt war und denke, okay, jetzt kann ich wieder durchatmen. Jetzt ist es wieder gut. Ich teile das Geld wieder neu ein. Ich weiss jetzt wieder, wie es läuft und halte mich wieder an meine Regeln, die ich setze, die mir wichtig sind. Ich hoffe, das war was für dich und wir gehen weiter. Und zwar mit Violin. Nein, ich bin jetzt nichts vor, aber ich habe dir einen tollen Affiliate-Partner, wie du damit verdienen kannst. Und zwar, meine Tochter war das letzte Jahr in Amerika wegen einem Sportstipendium. Dabei hatte sie die Violin, die Geige ein bisschen nach hinten gestellt, weil einfach Fussball an erster Stelle stand. Jetzt kam sie wieder nach Hause und sagte so, ach Mama, ich möchte wieder spielen. Okay, ich schaue nach. Sollen wir Geige mieten oder kaufen? Und wie früher schon, wir haben wir mal gemietet, aber ganz früher die erste Geige, habe ich bei Thomann gekauft. Geige, also Musikinstrumente Thomann. Die sind wirklich toll. Da gibt es auch Secondhand tolle Musikinstrumente. Wenn jemand Upgrades macht, kannst du dort Secondhand, zweite Wahl, ein Musikinstrument kaufen. Das habe ich dann gemacht. So kannst du toll, also wirklich ein Qualitätsprodukt. Ich habe so Freude. Aber was ich dann gesehen habe, hey, der ist ein Affiliate-Partner. Also, wenn du mit Musik zu tun hast, egal wie auch immer, Musikinstrumente oder deine Community hat etwas mit Musik zu tun, kannst du Partner werden von Thomann. Dann kannst du gratis dich bewerben. Dann bekommst du einen Link. Und wenn du dann ein Instrument empfiehlst, Noten, irgendetwas, dann beginnst du Geld damit. Also, findest du eine tolle Sache? Schau es dir mal an. Wenn dich sonst das Thema Affiliate-Marketing interessiert, ich habe immer einen Starterguide zur Hand. Und zum nächsten Tipp. Welche sind momentan die Top 5 Nebeneinkommen? Welche sind so sehr gefragt? Und ja, es überrascht mich natürlich nicht so gross. Es ist alles im digitalen Bereich, obwohl es so viele Offline-Dinge gibt, die auch sehr interessant sind. Und die gebe ich dir gleich auch noch weiter. Also, wir schauen uns jetzt mal die Top 5 an. Und zwar an erster Stelle ist Affiliate-Marketing. Ja, eigentlich kein Wunder, weisst du, du empfiehlst deine Firma und irgendwo über 70, 80 Prozent der Firmen haben bereits diese Systeme drin. Du brauchst kein eigenes Produkt, sondern du kannst nur empfehlen. Partner, die wirklich monatlich dann bezahlen, also dass es ein Abo zum Beispiel ist, oder sehr hochpreisige, wo du dann nur zwei, drei Verkäufe hast und so du deinen Unterhalt, Lebensunterhalt bezahlen kannst. Nummer 3. Online-Kurse erstellen. Tja, was wunderbar ist, es braucht einfach wahnsinnig viel Zeit. Also, starte lieber zuerst die Community aufbauen, dass du wirklich Menschen hast, die dein Produkt auch wollen. Erstelle nicht zuerst einen Online-Kurs und suche dann einen Käufer. Fail! Alles erlebt, alles erlebt, alles erlebt. Ich habe das leider gemacht. Obwohl man mich lernte, mach das nicht. Also wirklich zuerst Community, hör, was sie sagen, biete dann das an, was du hast, wie du ihnen helfen kannst. Nummer 4. Social Media Management. Ja, das finde ich auch toll. Das bin ich auch mit der Tochter immer wieder mal anschauen für andere Firmen. Kleinunternehmen, Selbstständige, die halt einfach nicht so technisch fit sind oder das viel zu wenig benötigen. Gerade wenn sie eine Friseurin, eine Kosmetikerin vielleicht, die ist den ganzen Tag beschäftigt, um die Nägel zu machen, um die Frisuren zu machen und dann sollte sie am Abend noch ein Video herstellen, ein Video schneiden, ein Newsletter schreiben, einen Social Media Beitrag machen. Ich weiss, das ist viel. Gerade wenn es einfach wirklich so nebenbei und man möchte doch ein schönes Produkt anbieten. Also biete diesen Dienst an, weil wenn man immer damit arbeitet, meine Tochter auch, wir arbeiten jetzt mit so vielen AI-Produkten, da brauchst du keine Kamera mehr oder so. Du machst das alles mit Text, machst Prompts, Vorlagen, gibst es ein, du erhältst Videos, du erhältst Fotos, du erhältst wie auch immer. Und das kannst du natürlich für diverse Firmen im Auftrag machen. Also tolle Sache, wenn du dich da ein bisschen auskennst, nutze das, biete das an und schon hast du ein zusätzliches Nebeneinkommen, was sehr schnell wahrscheinlich zu einem Haupteinkommen kommen wird. Nächster Punkt, Print on Demand. Ja, das ist auch cool, das sind so die Shirts, Tassen. Ja, heute kannst du alles. Es gab, irgendwo habe ich dir mal, ich schreibe es mal raus, so die besten zehn Firmen, wo du mit denen arbeiten kannst. Also dein Design, du machst ein Design, entweder dein eigenes oder für andere Firmen eben auch, sodass auf die Tassen, auf das T-Shirt anbieten. Und zwar ist das dann online-mäßig, also bei uns, bei Narias, habe ich das auch drin, unser Logo, unsere Palme, Kokosnuss. Da kannst du die Artikel auswählen und dann geht das automatisch drauf. Also das musst du nachher nicht mehr tun. Du bietest das als Merchandise an, entweder als Firma, als Branding oder mit einem Hype-Thema oder mit Surfing. Einfach eine Community mit Fussball, Tennis, wie auch immer, bietest das an. Du hast nur einen digitalen Aufwand. Wenn jemand bestellt, wird diese Firma das drucken auf dieses Produkt, das du angeboten hast. Diese versendet das in deinem Namen. Möchte ich dir aber doch noch ein paar Offline-Angebote anschauen, Offline-Jobs, wie du zu Nebeneinkommen generieren kannst. Ich weiss nicht, was waren damals deine ersten Nebenzusatzeinkommen? Ich erzähle ganz kurz meine zwei, drei. Ich habe viele auch gerne gemacht. Aber da gab es digital Marketing natürlich noch absolut nicht. Ich war zum Beispiel Weinkönigin. Ich habe für den Wein repräsentiert. Auch das habe ich so gerne gemacht. In diesen Jobs, und das ist eben der Vorteil, in diesen Offline-Jobs lernst du wahnsinnig viele Menschen kennen. Und diese Menschen-Netzwerk ist so wichtig für deinen weiteren Berufsweg. Du hast nachher Chancen und Möglichkeiten, irgendwo reinzukommen, weil du vielleicht dort jemanden kennst und hier jemanden kennst. Also nutze diese Möglichkeiten auch. Ich habe das so genossen. Ich war in der Natur viel. Ich habe mit vielen tollen Menschen den Rheintaler Wein präsentieren dürfen. Die Leute sind immer gut gelaunt, wenn es um solche Themen geht. Und du lernst sehr schnell viele Leute kennen. Danach waren es auch wieder so Nebenjobs in Bars und Aushilfen. Catering, das habe ich auch gerne gemacht, wenn man einfach nur 500 oder 1000 Menschen das Essen bringen konnte. In Openairs habe ich auch gerne gearbeitet oder in Diskotheken damals. Dann gingen wir halt nicht in den Ausgang. Wir gingen zwar in den Ausgang, aber wir haben gleichzeitig Geld verdient. Oder Street-Festivals, Strassenfeste. Haben wir einen Barwagen betrieben. Dann bist du mittendrin, du lernst die Leute kennen und kannst Geld verdienen. Also besser geht es nicht. Du weisst, wo du stehst. Du stehst nicht blöd rum und lernst Leute kennen. Was mein allererster Job war, als ich damals 12, 13 war, das war Karotten ernten. Das werde ich nie mehr vergessen. Das war immer so typisch in den Herbstferien. Die zwei, drei Wochen gingen wir Karotten ernten, Rüeble ernten. Und dann pro Haarraus gab es, glaube ich, 2,50 Franken. Aber man konnte mit dem Nachbarn, mit den Freunden, dann waren auch alle Freunde mit dabei, blablabla, ganzen Tag und rüber raus, reinigen, abbrechen in den Haarraus. Diese Bewegung, das vergisst man nie mehr. Und dann hat man nie mehr diese Handschuhe zum Abwaschen, hatten wir getragen. Also, könntest du jedoch mal, überlege mal, vielleicht eben ein Musikinstrument und die Mathe in Deutsch, in einer anderen Fremdsprache, in Englisch. Deine Nachbarn, vielleicht haben die Kinder, verteile Zettel, wie früher. Also okay, du kennst das vielleicht nicht wie früher, aber früher hat man Flyer gemacht. Das kostet heute fast nichts mehr. Oder sonst machst du von Hand Zettel, hängst das auf oder wirfst du ein bisschen in die Briefkasten rein. Anna hat auch viel mit Mathematik, Spiels oder du bist gut im Fussball, du bist gut in irgendetwas. Das ist vielleicht deine Leidenschaft. Und wenn es nur Gaming ist, I don't know, nein, ich weiss nicht, oder Schminken, Haare flechten, du kannst Steckfrisuren machen, auch das wird in der Nachbarschaft garantiert wieder benötigt. Und so kommt wieder ein bisschen mehr Geld rein und du hast gute Kontakte nachher. Du weisst nie, was kommt und du lernst deine Fähigkeiten kennen. Du weisst, was du gerne machst und was du nicht gerne machst. Was so wichtig ist für unser Leben, damit du dort investierst, dass dir die Energie gibt. Okay, wusch, und wir gehen zum nächsten Punkt. Weiter geht es zu einem Trend. Und zwar bei Instagram und TikTok siehst du vielleicht so viele Hausfrauen und Mütter, die sagen, hey, es ist so einfach, Geld zu verdienen. Und dann machen sie so vier bis sechs Sekunden Videos und sagen, hey, schau mal, was ich heute verkauft habe, dies und das Geld und wie alles so einfach ist. Ja, es ist einfach. Es ist eigentlich einfach, wirklich, auch das ganze System. Aber ich möchte dir einfach noch sagen, diese Menschen, die dort wahnsinnig sehr, sehr erfolgreich sind, weil die verkaufen ja, die kaufen ein Produkt, ein digitales Produkt und verkaufen das digitale Produkt. Ganz am Anfang war es Affiliate dahinter, aber jetzt geht es eigentlich nur noch darum, du kaufst einen Kurs und verkaufst diesen Kurs. Und umso mehr du diesen Kurs weiterverkaufst, umso mehr verdienst du. Mein Ding ist es nicht. Und ich möchte dir einfach sagen, das kannst du, du kannst wahnsinnig erfolgreich damit werden, du kannst sehr viel Geld verdienen, aber das wird wahnsinnig lange dauern. Denn du musst immer wieder einfach Leute finden und suchen. Geht ein bisschen in die Richtung von MLM, Multilevel Marketing. Du verdienst nur, wenn du neue Leute in das System reinbringst. Du musst Akquise machen, akquieren. Akquieren. Umso mehr Menschen du reinbringst, umso mehr Geld verdienst du danach, wenn du auf deinen Leidenschaften etwas aufbauen kannst und nicht in diese Geldmaschinerie reingehst. Nimm diesen Kurs, verkauf dir in den Kopf. Diese top, top, top VerdienerInnen dort ist ganz früh mitbekommen. Ich war damals auch in den USA, habe es auch angeschaut. Ich fand es völlig interessant. Ich fand das so faszinierend. Die posten natürlich seit zwei, drei, vier Jahren jeden Tag zwei, drei Reels. Mach das zuerst mal. Das ist die erste Herausforderung. Also die gehen dann nicht nach einem Jahr und so auf weniger, sondern die geben Vollgas. Jeden Tag. 24, 7 sind die eigentlich präsent. Okay, produzieren natürlich vielleicht alles an einem Tag, für die ganze Woche, wie auch immer. Aber da bist du voll dran. Und nun, das Ganze, es ist nicht einfach nur, dass du diese Reels produzierst, was ja immer wieder wechselt. Momentan geht wieder mehr Karusse, da musst du dich auch wieder anpassen, wieder neue Systeme reinbringen. Nein, es geht auch darum, was läuft hinten. Das ist das Interessante nachher. Was passiert? Du verkaufst nicht einfach nur mit einem Kurzvideo. Dann gibt es eben dieses System, das nutze ich auch. Kommentiere Geld, kommentiere das und dann geht automatisiert die nächsten Schritte weg. Aber dieser Funnel, Funnel sagt man eben, dieses Schritt, dieses Flussdiagramm hieß es, glaube ich, früher bei mir, als ich noch im Job so war. Also wenn dann passiert, ja, nein, Interesse, nein, ja, was kommt dann? Nach einer Woche wird nachgefragt, hast du gekauft oder nicht gekauft? So spielst du das Ganze nachher aus. Also das ist, die sind top, die sind toll. Es sind voll easy in der Oberfläche aus und das muss es eigentlich auch, Marketing sollte so aussehen. In der Oberfläche so voll einfach, dass man denkt, ach, okay, das kann ich auch. Das kannst du auch. Ich sage nicht, dass du das nicht kannst. Ich will dir nur sagen, es ist einfach, es ist mehr dahinter, dass man zieht. Also es sind Funnels, Verkaufsfunnels, die kennen sich sehr gut auch, die wissen, wie man Videos schneidet, Videos aufnimmt, wie man Webinare hält, wie man Schulungen macht. Also das geht nachher wirklich weiter. Also es ist nicht einfach reiner Verkauf und Verkauf. Ich will nicht sagen, dass du das nicht starten sollst, das kannst du auf jeden Fall. Los geht's. Also setze um, produziere und lerne diese neuen Fähigkeiten. Ich meine, alles, was du mal gelernt hast. Wird nicht weggehen, ist toll, also du gewinnst nur. Zum nächsten Punkt. Geldmindset-Tipp. Warum bestimmt dein Denken deinen Kontostand? Dein Geldmindset, also deine Gedanken bestimmen deine Finanzen. Und zwar, du handelst ganz anders. Wenn du so richtig glaubst, jawohl, ich habe es verdient, zum finanziellen Erfolg zu haben. Ich habe es verdient, gut zu sein. Ich bin gut. Deine Persönlichkeit, deine Ausstrahlung, alles kommt anders rüber, wenn du überzeugt von dir bist oder von deinen Fähigkeiten oder von deinem Wissen oder wie auch immer. Dann folgt auch das Geld, als wenn du im Mangel lebst. Wenn du, ah, ich bin da nicht gut, wenn du diese Selbstzweifel hast. Einfach so negative Glaubenssätze, die halten dich einfach auf. Und ich kenne das, ich kenne das zu gut, also nicht Neuland für mich. Was wirklich dann hilft, dass du dir bewusst bist und sagst, oh, das war jetzt ein negativer Gedanke, denn wenn wir bei den Produkten, ach, es gibt momentan so viele Pflegeprodukte zum Beispiel. Wir stellen Pflegeprodukte her. Und natürlich folge ich Accounts mit Pflegeprodukten. Was kommt dann auf meinem Feed in Social Media? Lauter Pflegeprodukte. Und irgendwann denkst du so, oh, meine Güte, es gibt zu viel. Es gibt zu viel. Wir haben nie eine Chance, erfolgreich zu sein mit unseren Pflegeprodukten. Es gibt zu viel. Dann bin ich in meinem Mangel drin, dann bin ich drin so, nein, nein, nein. Aber hey, nützt mir das etwas? Ich habe nun mal dieses Besitz. Ich habe ja gesagt, das ist mein Lebensprojekt. Pflegeprodukte, wo ich genau weiss, die helfen. Neurodermitis, trockene Haut, empfindliche Haut, tätowierte Haut, wie auch immer. Wir haben unsere Zielgruppe. Fokussier dich auf das. Ich habe meine Rückmeldung. Ich habe das Feedback. Konzentriere dich auf deine Kunden und schalte alles andere aus. Und das ist Mindset. Das ist deine Einstellung. Wenn ich denke, es hat zu viel. Ich werde nichts verkaufen. Was passiert? Ich werde nichts verkaufen, weil ich ganz ein anderes Auftreten habe, weil ich viel weniger umsetze, weil ich nicht aktiv bin. Wenn ein Gutes reinkommt, wenn ich rausgehe und ich zeige und ich mache und ich tue und ich bekomme Rückmeldungen. Es beginnt zu brodern. Ich komme die E-Mails. Ach, Nadja, ich habe noch nicht je. Das könnte, das würde, das. Du ziehst dann das Geld deiner Kunden an. Und daher auch immer wichtig, so diese kleinen Affirmationen. Heute wird ein guter Tag. Oder heute wird etwas Schönes auf mich zukommen. Denn jeden Tag kommt etwas Schönes auf uns zu. Nur wir sehen es dann nicht, wenn wir Angst haben. Wenn wir in der Angst leben, sehen wir nicht, wo das Gute ist. Und daher immer wieder daran denken, okay, dankbar sein für diese kleinen Mini-Dinge. Du hast die Zeit, um bei deinem Kind zu sein. Wenn du vielleicht arbeitslos bist, dann sei dankbar, dass du diese Zeit momentan mit dem Kind hast. Das wird wieder anders kommen. Wir finden in jedem Moment tolle Dinge. Ich bin wahnsinnig dankbar jeden Abend, wenn ich im Bett liege. Auch wenn ich kein modernes Bett habe oder wie auch immer. Es ist egal. Ich habe ein sicheres Zuhause. Ich fühle mich wohl. Ich habe keine Angst. Schreib dir heute mal auf, so drei Dinge, die du immer dann wieder nach vorne holst, sobald diese Angst kommt. Die Angst bringt uns nicht weiter. Wir haben diese immer wieder, wir haben auch immer wieder diese Sorgen. Ich habe zu wenig Geld, ich habe zu wenig Geld. Dann sei aktiv. Dann sag, okay, was kann ich heute tun? Oder in Gang setzen? Oder mal starten? Irgendeinen Schritt, einen Mini-Schritt in diese Richtung, was mir Geld geben könnte. Wenn ich nichts tue, dann haben wir nie die Chance. Aber wenn du nur etwas Kleines tust, ich bin gerne produktiv, ich setze gerne um und dann kann etwas entgegenkommen. Es kann etwas kommen. Umso mehr du dich darin trainierst, umso mehr siehst du natürlich die Möglichkeiten, das dann auch wahrzunehmen und umzusetzen. Und denke immer dran, wenn das Grosse plötzlich kommt, musst du bereit sein, es auch zu nehmen. Ja, zu sagen. Probier diese drei Dinge. Immer diese Dankbarkeit. Danke für diesen Kaffee. Danke für diese Begegnung. Danke für diese Sonnenstrahlen. Und atme tief ein. Es tut immer so gut. Nicht dieses oberflächliche Atmen. Es tut einfach gut. Tief einatmen. Okay. Nächster. Wie kann ich Vertrauen in Investitionsmöglichkeiten aufbauen? Gerade wir Frauen, ja, wir haben manchmal schon ein bisschen Angst. Ich weiss, ich sollte mit Investieren beginnen, aber wann? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Wie soll ich das? Soll ich das? Und am Ende passiert einfach nichts. Und das ist das Schlimmste. Wenn du nichts machst, nichts. Wenn du was machst und du machst, dann kannst du es nachher richtig machen. Aber wenn du gar nichts machst, dann ja. Also. Und heutzutage gerade mit dem Investieren. Starte halt mit 25 Euro. Einfach damit du mal siehst, wie das Ganze funktioniert. Starte einfach. Geh auf justetf.com. Dort hat es tolle ETFs. Die sind gratis. Schau diese an, dass diese zu dir passen. Was deine Werte sind. Auf was du achtest. In welchem Land. Gegenstände, Inhalte, Rohstoffe, wie auch immer. Kannst du alles frei wählen. Entscheide dich. Setze dir ein Zeitlimit. Also ein Neverending. Weil dann beginnst du zu suchen auf YouTube, auf dort. Und du wirst tausend verschiedene Möglichkeiten finden. Diese Person sagt, nein, das ist nicht gut. Weil es ist alles Ansichtssache. Es ist nicht. Es gibt nicht das Produkt. Das Richtige. Es gibt das, was zu dir passen muss. Dass du dich informiert hast und sagst, okay, wo ist meine Risikoklasse. Dass du natürlich nicht in ein Risikoprodukt investierst. Wenn du kein Geld hast, aber wenn du viel Geld hast, dann kannst du natürlich vielleicht 5% davon in völlige Risikoprodukte investieren. Aber ich würde jetzt einfach mal Nechef wählen. 25 Euro wählen. Dauerauftrag einrichten, dass du mal ein Depot eröffnet hast. Bei mir findest du Freebies. Ich habe auch eine Anleitung. Wie eröffnest du dein eigenes Depot? Das ist so, wie wenn ich eine Stunde neben dir sitzen würde. Habe ich alles so festgehalten. Was ist dieser Schritt? Was ist der nächste Schritt? Bei jedem persönlich dabei sitzen kann. Es sollte sich so anfühlen. Entscheide dich. Starte mal. Da kannst du nachher nicht verlieren. Du kannst nachher ausbauen. Das kann zum Beispiel in einem Jahr sein, wenn du sagst, okay, jetzt möchte ich mehr wissen, wie das funktioniert. Es gibt nicht die Perfekten. Keiner, und das sage ich auch immer, kein Investmentbanker oder auch einer, der an der Börse arbeitet, weiss, was morgen passiert. Er kann natürlich denken, wenn da... Aber das sind alles Annahmen. Besser in dem Sinn als du, wenn du dich mit einer Firma oder mit 10 Firmen dich informierst und du diese analysierst, dann weisst du genau, wer der Vorsitzende ist, wer das führt, was dort passiert. Wird da seinen Sitzwechsel geben? Ist jemand gestorben? Wird die Führung sich ändern? Das siehst du viel besser als jemand, der einfach dort im Börsensitz sitzt und dir Produkte kaufen will. Also mach es nicht so kompliziert. Mach es einfach. Glaub an dich. Glaub an dich. Setze um. Wenn du eben diesen monatlichen Beitrag einbezahlst, dann bezahlst du im Durchschnitt nachher mal bei höheren, bei tieferen, egal wo der Kurs ist, dann musst du nicht... Hier geht es nicht um Trading. Es geht nicht darum, zu warten, zu schauen, ist heute ein guter Einkaufszeitpunkt? Muss ich jetzt online sein den ganzen Tag? Ach, heute sollte ich verkaufen, weil heute ist es hoch. Ah, Mist, gestern wäre es höher gewesen als heute. Nein, das ist was anderes. Das ist Trading. Wir lernen hier, oder ich nehme dich mit für Investment, Langzeit, dass du nachher wirklich was davon hast. Schau dir noch in diesem Jahr. Ich sage es dir, du wirst nur verlieren, wenn du nicht startest. Okay. Nächster Punkt. Wie kann ich meine oder wie kann ich weitere Konsumschulden minimieren oder reduzieren? Gerade wenn es um das Thema Konsumschulden geht, das hängen wir so schnell rein. Diese Staubsaugen kannst du auf Raten bezahlen, dieses Küchengerät, Waschmaschine. Alles, alles. Schuhe. Alles kannst du auf Raten zahlen. Und sonst sagen wir, ja, okay, nur noch jeden Monat fünf Euro oder zehn Euro. Aber wir hängen da, das ist schon eine Schuld. Wir hängen dann schon eine Konsumschuld drin, die sie vielleicht gar nicht hätte machen müssen. Okay, was tun wir, wenn wir aber da drin sind, wo ich weiss, wir meinen, wir bräuchten dieses Gerät oder uns überquatschen, zwei Tage später zu Hause stellen wir fest, ach Gott, was habe ich da wieder gemacht? Und schon hängen wir in einem Vertrag drin. Ja. Und das ist nicht immer einfach, da rauszukommen. Also Augen zu und durch und einfach in Zukunft besser machen. Wie machen wir das besser? Indem, dass du momentan wirklich auf deine Kreditkarte verzichtest und auch auf so Bankzahlungssysteme. Jede Bank hat ja eigene. Nimm nicht diese, obwohl sie so viel Werbung machen. Es tut mir immer weh, wenn ich diese Werbung sehe, weil ich immer denke, wenn jemand das benötigt, dann wird er nachher noch in einem grösseren Schlamassel drin sein. Es geht dann nicht um Weltbewegendes, es geht einfach darum, um grössere, kleinere Anschaffungen jetzt zu finanzieren, weil wir nicht mehr die Zeit oder die Geduld haben, zu sparen, zu warten, bis wir zuerst das Geld haben und nachher das kaufen, weil wir das genau jetzt möchten. Überlege immer, brauche ich es oder will ich es? 99% ist, ich will es. Ich meine, ich brauche es und daher will ich es. Und wenn du dann darüber überlegst, ich möchte, ich brauche es eigentlich gar nicht. Ich kann denken, okay, ich brauche eine Waschmaschine. Ja klar, ich brauche eine Waschmaschine. Aber das ist ein extremes Beispiel. Ich nehme extra ein extremes Beispiel. Aber weisst du was, wir können auch von Hand waschen für ein, zwei Monate. Wir können aber auch nach einer Secondhand-Lösung suchen. Wir können auch zu einem Waschautomaten gehen, wenn wir auf Reisen sind. Dann haben wir auch keine Waschmaschine. Gut, ich war lange auf Reisen. Da lernst du diese Dinge. Da lernst du deine Wäsche am Fluss zu waschen, was dann ewig dauert. Und dann kannst du keine Seife und so, weil dann ab, ja, für die Umwelt und so. Also es gibt meistens immer eine andere Lösung. Natürlich ist sie aufwendiger. Natürlich musst du kreativ sein. Aber du hast da keine weiteren Konsumschulden. Also überlege, wie kann ich das? Brauche ich das? Gibt es andere? Kann ich das vom Nachbarn, von der Familie, von der Mutter? Kann ich sagen, okay, kannst du mir das irgendwo für den nächsten Monat geben? Einfach, bis du eine Lösung gefunden hast. Oder sechs Monate. In sechs Monaten kannst du eventuell das Geld ansparen. Also immer zuerst ansparen. Denn wenn du auf Raten bezahlst, bezahlst du ja immer mehr. Immer. Sei schlau. Nutze dann die Daueraufträge. Also richte dann halt einen kleinen Dauerauftrag von 10 Euro ein. Diese läuft. Oder wenn du weisst, okay, ich will diese Küchenmaschine. Die kostet mich halt nun mal 500 Euro. Was muss ich oder was kann ich jeden Monat auf die Seite tun? Per Dauerauftrag einrichten. Das läuft automatisch. Kostet dich kein Geld. Kannst du online am Computer schnell einrichten. Und gut ist, du musst keine Gedanken machen. Aber keine Konsumschulde. Kreditkarte nicht nehmen. Handy nicht nehmen. Also bezahl nicht mit dem Handy schnell, schnell mit der Kreditkarte. Sondern mit Bargeld. Ich weiss, sorry. Willst du nicht hören. Wenn du eben das Geld in den Händen hältst. Es tut weh. Ich sage es dir, wenn du das ausgibst. Wenn du 400 Euro ausgeben musst. Nur schon 200 für einen Staubsauger oder irgendetwas. Das schmerzt. Auf mich schmerzt. Ich glaube, das wird bei dir nicht. Aber wenn ich mit der Karte zahlen kann oder so online. Weisst du so, guck, mit einem Klick. Oder wir haben ja mal alles verbunden. Demo, AliExpress, Amazon. Alles ist mit Paypal, mit Kreditkarte, wie auch immer verknüpft. Und wir können ja nur noch so klick, gekauft. Das tut nicht weh. Weil wir klicken und auf und zu, okay, ja, irgendwie werde ich das schon bezahlen können. Ja. Aber irgendwann holt uns das Ganze ein. Und das möchte ich nicht. Und daher bin ich hier. Dass du schlau vorausdenkst. Du kannst Nein sagen. Weil du die Stärke hast. Nein, dann habe ich das halt jetzt momentan nicht. Auch wenn mich alle aufziehen. Ach, was für ein Fahrrad. Ach, was hast du für alte Klamotten. Oder ach, du hast noch das iPhone 12. Daher hat Geld auch so viel mit dem Selbstwertgefühl zu tun. Ja, das ist es mir wert. Und denke immer daran, viele, sehr, sehr viele reiche Menschen. Denen siehst du das nicht an. Die gleiche Hose, immer das gleiche T-Shirt. Schau nicht auf das, was Social Media dir zeigt, was toll aussieht. Das sieht toll aus. Du wirst nicht mehr anerkannt sein, als wie wenn du das nicht hast. Denn ich glaube einfach, ich bin völlig davon überzeugt, deine Ausstrahlung, weil du weisst ja dann, dass du fake bist. Du könntest dir das gar nicht leisten. Ich glaube, das gibt keine Stärke, oder? Du lebst dann in einer Lüge. Du bist dann so gefesselt an etwas. Du bist gar nicht frei. Was ich habe, dass ich mein Auto abbezahlt habe, dass ich keine Schulden habe. Und andere, die sind völlig gefesselt. Sie müssen eine Arbeit haben. Wenn sie wehen, sie verlieren den Job. Und du weisst heute nie, was passiert. Du bist völlig im Jenseits. Also bezahle bar für diesen Moment, bis du da wieder draussen bist und überlege einfach beim nächsten Mal halt immer mehr und mehr. Brauche ich es oder will ich es? Was ist der Unterschied? Wie kann ich es anders lösen? Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen. Abonniere mich. Ich freue mich. Und nächste Woche komme ich wieder. Auf Instagram komme ich mit. Oder auch hier bei Shorts habe ich die täglichen, so kleinen, ein bisschen, einfach so ein bisschen, dass du dran bleibst. Wir vergessen halt schnell. Oder es ist uns zu wenig wichtig. Und daher bin ich hier, um dich zu deinem Reichtum zu bringen. Ich möchte, dass du erfolgreich bist. Ich möchte, dass du Freude in deinem Leben hast und nicht in Geldsorgen steckst. Das sind Sorgen, die wir nicht brauchen. Also, bis dann. Tschüss.